Ich bin stärker als nach dem Untergang. Und in den Finna kommen wir bei den 14.15. Dann mit jemandem wechseln. Dann mit jemandem wechseln. Dann mit jemandem wechseln. Dann mit jemandem wechseln. Als ich in der Lehre gekommen bin. Da ging das dann los. Der Zahn hat gesagt. Ah, mh. Ah, Krone. Ich hab gesagt. Ja. Große Lok. Aber ist gut. Mit der Ausbildung kostenlos. Ja, ich soll das machen. Dann mit der Lehre hab ich alleine 8 Stück gekriegt. Oder so. Mach mit ihm. Mach mit ihm. Mach mit ihm. Da war bald bald los. Keine Luft. Also mein Zahnarzt war Asiat. Okay. Alles klar. Der hat gerne den Link gehabt. Ich hab sogar toll. Geh raus. Oh mein Gott. Schnellste Runde, oder? Ja, der Helium. Ich verpasst. Du Mensch. Na, hier sind welche. Hier sind welche. Ich hab grad noch... Oh ja, hier wird alles fallen. Da brauchst du nicht. Wenn du nicht Bock auf Action hast, dann ist das der falsche Ort. So, ich würde mal gerne hier aufs Hochgebäude gehen. Da fliegen sie auch gerade alle hin. Komm hier oben, alles voller Flügelchen. Fein, wir landen im Einsatzgebiet. Und der Teich lacht in der Flugzone, weiß ich gar nicht. Nee, aber komm hier hin. Ach so, das weiß ich auch nicht mehr. Glaub nicht. Was wir machen was so? Ich geh einfach mal runter. Wir gucken von oben. Warte, warte, warte. Jetzt kommt der Flügelchen. Und zuerst verflückt sie ganz gut aus. Kein Punkt, der hier rumläuft. Doch! Doch! Wenn dann... Da, komm wieder runter. er kommt zum Helium du hast den Helium versenkt es war aber safe nur einer, egal ich weiß echt nicht wo die hier sind Achtung der ist hinter uns dann weg, weg, weg bist du drin? mhm raus, raus, raus da da Achtung hä, ah da ist noch einer naaa, da sind beide der hat so viel kassiert ey, warum ist der nicht tot? da waren leider zwei das hat so ne scheiß Nahfeuerwaffe gehabt ey ja ich hatte nur ne Pistole bin ich wenigstens mit dir? nein ich bin mit Juggernaut, oh Gott da waren wir die 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 Das Gas kommt näher. Unterwegs. Der Schuss mit blühen, noch drei Jahre zum Wiedereinstieg. Kommen wir. Du derjenige der Zer... Verfestung von externen Schränkland. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. Okay, kannst mich direkt aufheben, weil der ist durch die... Der ist gerade bei mir durch die Bank gebackt. Ich hab dich! Ich brauche Pistolen-Munition. Pistole ist offen. Ich hab ne Drohne. Weiße Kiste war unten. Ja, Corona habe ja auch. Pistole ist ein mittleres Kaliber. Pistole ist ein mittleres Kaliber. Okay, ich hab jetzt... Ich hab jetzt Sniper und die RP klar. Achtung, da kommt er. Hier gegenüber sind zwei. Aber das ist... Aber das ist... Trott. So... Wir können da ja auch ploppen, ne? Ja. Eine komische Klappenkiste habe ich nicht bekommen. Ich hab hier Pfand herum. Ich hab hier Pfand herum. Ich hab hier Pfand herum. Ich hab hier geschickt. Okay... Okay... Ich weiß noch ein Bord, aber der ist... Wie ist der denn? Ja. Ist weg. Da hinten in dem Gebäude sind welche? Da hinten in dem Gebäude sind Fächer. Ja. Unterwegs! Oh, nein. was hat er gerade runter gesprungen, habe ich das richtig gesagt? Nein, wahrscheinlich nicht So, ich würde gerne aufs Dach von dem geholen Hm Hm Direkt hinter dir Das Gas näher sich, neue Sicherheitszone gefunden So auf, denk dran hässend Ja, die tun uns nix Hier landet einer direkt bei uns Aber die tun uns hier oben nix Reiche, oh die schießt drauf, ey Ignorieren Du erhältst einen Ausrüst auf die Hau Dann drüben muss einer sein Ja, der muss irgendwo auf dem Boden sein, glaub ich Oder bewegt sich Hm, rücker vor Relativ ist viel Oh, jetzt haut der ein bisschen ab Du verlierst deinen Boden Du verlierst deinen Boden Seht keinen mehr Ich geh mal gebohrt weiter Hm Das Team ist in der Sicherheitszone Das Team ist in der Sicherheitszone Oh, hier hinten wurde einer wieder geholt Da hinten Da hinten geht die Party Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Hab ich getroffen Guck und da ist auch sein Kumpel Ach, der ist da ganz hinten gelandet Aber hier bei meiner Entfernung ist einer Also hier Ja, da sind sie auch auf dem Radar Wollen wir sie mal aufscheuchen Achtung, da rechts Hier hinten Ich kann sich in einen Fallen sehen Ja, hab ich auch gesehen Gut Und die müssen kommen Da ist einer Ziel gesichtet Da ist er Da ist er Da oben ist auch noch einer Dann hab ich getroffen Den hab ich getroffen Aua Da sehe ich den Kopf Feindlicher Scharfschütte Guck ja der matrix typ dem habe ich eben schon einen mitgegeben gehabt rechts von uns drei wo sind die einer vor uns in zweieinhalb rechts gehen sehe ich nicht da wo der rauch ist ich schaue jetzt in der fall jetzt zu sein ja und der matrix keine ahnung der aus dem turm der speck des kubbergelaufen da habe ich ein bisschen gas auf da hier sehe ich ihn drin vor der maßweg auf dem dach hast du gesehen vorderer luftschlag an dieser position an dann ist hinter der mauer der läuft jetzt links von uns vorbei deswegen ist man ein gebäude bei dir gegenüber naja habe ich gehört ich war mit bohrladung weg der andere muss hier sein ich bin schon ein weitergeleitet wo ist er denn der ist am wasser da die recke jetzt hier bei dir wir können sofort aufs dach auf ja da muss er eigentlich weggegangen sein hast du noch platten wir gleich eine sekundige zeit haben sicherheitszone wird verlegt kann ich das legen wenn du willst nee geht nicht warte mal hier erstmal lege ich das hier ab benutzt das mal geld habe ich mehr als du kann ich irgendwie nicht weil ich habe nur noch drei platten aber was soll man ja kann ich nur noch drei hast dann sind das deine eigenen drei und ich habe drohne ach so habe ich dir gerade gegeben ja ich sind aber jetzt mal eine hier ist keiner mehr los ich will im prinzip hier erstmal in das gebäude rein und dann gucken wir weiter leider kein shop das team hat die sicherheitszone betreten schade dreherblätter haben wir ne das ist kein fahrzeug mehr hier ist nix mehr wir müssen irgendwo in der mitte rein da ist die frage warten und mitzuholen oder jetzt schon das ding ist ich glaube jetzt auch dahinten muss der matrix typ der guter geht auch so und ist egal ja dann wissen wir nur wo der ist weiß ich würde sagen wir gehen jetzt mal durch die zone guck mal das gebäude das gas kommt leer neue sicherheitszone die die und das gebäude über den teich und und das kann sein so dass uns nicht in die wand stellen und abwarten wo der typ von da links kommt direkt neben uns oder über uns besser gesagt ok der ist weg krass hab ich auch gesehen ja wir können bisschen rechts wo wir jetzt sind und jetzt sind wir gut hinter uns guck mal hinter uns da kommt einer da kommt einer da kommt zwei ja aber trotzdem müssen wir können ins gebäude also vor in dem gebäude ist doch einer drin oder nicht aber nicht hier in der mitte wo ich jetzt hingehe da kann man keine waren keine zeichen ja 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 da sind fast alle oben Die kriegen Cluster und kommen dann alle runter. Wir haben beide Ausrüstung gehabt, ne? Ja, ich hab Ausrüstung. Das heißt, Geist haben wir. Wollte ich auf den Kisten bleiben. Feind der Landen im Einsatzgebiet. Die eine Tür im Blick. Ich bin so schräg. Ja, so ist gut. Das Gas kommt. Jetzt ziehst du mein Kloch. Ja. Das Team ist in der Sicherheitszone. Wir sind hundertprozentig alle oben. Ja, ja. Genau. Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Ja, guck mal, die sind gut. Nur noch mal Leben. Die müssen hier self reinkommen. Das Gas nähert sich dir. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. Nur noch 20 Spieler. 19. 18. 18. Ja, 48 ohne uns. 15. Scheiße. Wir gehen ganz zum Schluss. Wir haben noch Gasmasken. Ich empfehle die Sicherheitszone aufzusuchen. Es ist noch ein weiter Weg. Du bist ein harter Bastard. Du kommst durch. Ich hab eine Stunde auf die Tür gezogen. Mmh. Schouts. Jetzt wieder. Los. Die Gasmaske ist weg. Das Gas nähert sich. Neue Sicherheitszone. Neue Sicherheitszone. Neue Sicherheitszone. Ja, aber zweiter kann man mal werden zum Abschiedsspiel. Ja, aber... Äh, gesetzt im Fall, deine Frau trifft mal lieb, hast du jetzt diesen Urlaub da schon, oder? Moment, Moment, ich weiß, dass...